1. Rennponus. Ich zeige euch mal die Startaufstellung. Nücleer auf 1, Helmet um 2, Verstappen auf 3. Gassi auf 4, 5 auf 1, 6. Tatsperas, 7. Tatsperas, 8. Tatsalon, 9. Tatsnore, 10. Tatsportas, 11. Tatsviertes, 12. Sekunden, 13. Ticker. jetzt tippe ich euch auf platz 1 ich glaube er hat Verstappen gewinnt vor Himmel dann kommt Leclerc dann kommt Leclerc dann kommt Leclerc dort Paris Bottas Science und ich hoffe auf zu passen so ist mein tipp das Verstappen gewinnt immerhin zweiter wird dritter wird Charles Leclerc vierter wird Serge Peres fünfter wird Walty Potter sechster wird Carlos Sainz siebter wird Kassim und achter wird Vettel das war meine Formel 1 Prognose für das Rennen von Amal Sainz wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like abonniert meinen Channel achtet die Glocke dass wir kein Video mehr verpassen wir sehen uns beim nächsten Prognose Video haut rein wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.